Das ist hier Rheinbeck, Stadtteil Ohl. Rheinbeck soll eine Stadt sein und wollen uns Ohl mal angucken. Was haben Sie hier denn alles? Hier komme ich nicht weiter, noch ein paar alteingesessene gibt es auch noch Gasthof zur Linde. Und Stadtmitte, Schöningstedt. Aber erstmal da links. Sachsenwald auch. Ohl. Rheinbeck. Rals Gasthof. Hier Gasthöfen gibt es ja wohl genug hier. Rheinbeck. Stadion haben Sie. Da müssen wir aber rechts rum fahren. Gelände und Neuschönen. Gelände ist auf dem Wald. Okay. Mal sehen, wo wir hier längst rum. So, nun drehen wir oben drauf. Mal sehen. Okay. Ja, okay. Ich gehe da hinten immer noch mit. Und da ist noch einer. Alles ausgesiedelt hier. Hier mit Ferne sogar. Und tschüss.